Musik Das hat eigentlich einen coolen Look mit Sonnenbrille so. Ich schau noch mal so ein bisschen nach unten. Das schaut schön aus. Ich kann dir mal ein paar Bilder zeigen. Vielleicht einmal noch von dieser Seite und dann Finito. Mit Sonnenbrille? Ja. Schaut euch nochmal gegenseitig an. Du kannst dich auch einmal hinter sie stellen und von hinten umarmen. Oh ja, das ist doch sehr schön. Wir können auch noch mal die Köpfe zusammen machen. Oh ja, genau. Einfach den Moment genießen. Sehr schön. Ich geh noch mal ein Stück zurück. Schaut sehr schön aus. Vielleicht sind wir nochmal hier. Weißt du, der offene Hintergrund ist ganz schick. Genau. Sieht so ein bisschen aus wie bei dieser Adidas Neo. Ja, ist schön. Schaut so aus. Sehr schön. Einmal so. Komm noch einmal näher. Genau so. Perfekt. Und ich hab noch so zwei Sonnenbrillen dabei. Ich halte einmal die. Ich zeige euch das Fall. Das sieht eigentlich immer ganz cool aus. Die sind beides die gleichen im Grunde genommen. Und damit filmen sozusagen. So, spuppdi-pupp. Und hiermit mache ich die Bilder. Ihr könnt euch einfach eng zusammenstellen. Ja, genau. Sehr schön. Das ist doch sehr schön. Ich schau einmal. Sehr schön. Und schau einfach so ein bisschen in die Richtung, ein bisschen in die Ferne blicken. Ist auch immer sehr schön, wenn der Blick ein bisschen abseits der Kamera ist. Sehr schön. Immer ein Stück zurück. Oh ja, so ist auch süß. Sehr schön. Und vielleicht noch einmal filmig. Ich glaube, ich kann auch ein bisschen dunkler machen. So, spuppdi-pupp. Und hiermit mache ich die Bilder. Schaut schon sehr schön aus. Einfach so. Mal schauen. Sehr schön. Ich kann das mal zeigen. Jetzt einfach so weg aus der Kamera. Ich denke, ist ganz schön. Du kannst dich auch einfach so ein bisschen hier rauslegen. Ja. Und so ein bisschen in die Ferne blicken. Genau. Das ist auch ganz schön, wenn das Haar so ein bisschen weht. Und schau nochmal zu mir. Sehr schön. Ich komm nochmal ein bisschen näher. Ja. So. So. Na ja, sehr schön. Dein Arm so um sie rumlegen. Ach so. Seid ihr dein Fältchen? Ja. Na gut. Sehr schön. Ja. Vielleicht sogar, wenn du dich nochmal vor ihm fällst. Und du umarmst ihn. Ja. Ja. Sehr schön. Sehr schön. Du kannst ja auch einen Kuss auf die Wange geben. Ja. Ja. Sehr schön. Wie jetzt geworden ist. Geht das mit der Sonne? Ja. Oder lieber von der anderen? Ich kann doch von jedem Einzelbild machen. Dann habt ihr ihn für Facebook oder so. So. Ist schön. Dann schau nochmal deine Freundin an. Na ja. Und nochmal zu mir. Sehr schön. Sehr schön. Genau. Sehr schön. Schön eng zusammen. Schaut sehr schön aus. Ich geh nochmal ein Stück zurück. Die Kamera mal ein bisschen näher. Genau. Sehr schön. Schaut sehr schön aus. Ich drehe euch ruhig mal mit mir so ein bisschen. Oh ja. So sieht es auch sehr schön. Ja. Der Wind dreht aber das passt ganz gut so zu diesem Hamburger Wetter. Das hat einen schönen Schöpfler. Du hast ja eine ganze Zeit. Ich kann doch mal von jedem ein Einzelbild machen. Das war eine gute Idee. Und jetzt muss ich mal wie der D in die Ring. Donentocken etwas lernt Dann legen sich jetzt alles weiter. Bis zum nächsten Mal. this ist es, die Neuheit. Undnt mast es conceitiert. Und da das Zielrieben. Dämpfen unter Montm 순 educación. Noch nicht? Es gibt milien Punkte. Ich kann das Schöpfler rein. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.